Sechs Monate lang konnte ich nicht schlafen. Schlaflosigkeit vernebelt die Realität. Alles ist weit weg. Alles ist eine Kopie. Eine Kopie. Eine Kopie. Die Leute fragen mich immer, ob ich Tyler Durden kenne. Lassen Sie mich zu Tyler Durden ein paar Worte sagen. Hallo? Ey, tue mir mal einen Gefallen. Schlag mich mal so ab, wie du kannst. Schlag mich so ab, wie du kannst. Los, Mann. Los, Mann. Schlag mich so ab, wie du kannst. Komm, Mann. Los. Komm her. Ich will jetzt mir einen Gefallen tun, Mann. Schlag mich so ab, wie du kannst, Mann. Komm. Hol uns besoffen, Alter. Nee, komm. Ich will nicht ohne Narbenstärung. Komm. Such dir aus. Wohin? Soll ich jetzt schlafen? Ja, komm. Los, komm. Wohin? Scheißegal. Überrasch mich. Du hast mir voll aufs Ohr geschlafen, Alter. Mach das mal. Wohin! Das war echt nicht so. Wohin! Gentlemen, willkommen im Fight Club. Die erste Regel des Fight Club ist, wir verlieren kein Wort über den Fight Club. Die achte Regel des Fight Club ist, wer neu ist, muss kämpfen. Gentlemen, bitte. the President. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Gedenkt heute die Regel Nummer drei. Es kämpfen immer nur zwei Leute. Warum tue ich das? Komm. Oh. Warum? Warum tut sie das? Darf ich mal deine Hand ziehen? Was machst du da? Das ist eine chemische Verbrennung. Verschließ dich nicht vor dem Schmerz. Verdräng ihn nicht. Bitte. Hör auf! Das ist dein Schmerz. Das ist deine Hand. Sie ist genau hier. Ich bin in meine Höhle. Das ist der schönste Moment in deinem Leben. Und du bist irgendwo. Ich bin Jacks mangelndes Interesse an Zivilcourage. Oder auch nicht. Ich bin Jacks Interesse an Zivilcourage. Er muss den Schmerz genießen. Du weißt nicht wie das ist? Es ist sein Schmerz. Es ist eine chemische Verbrennung. Man muss sie genießen. Ich weiß wie das ist. Soll ich die Polizei rufen? Sie müssen mich festlegen. Ich bin der Koffer der terroristischen Organisation. Wir sind für mehrere Vandalismusakte in der Stadt. Verantwortlich. Detective Stern weiß ich ja wie sie. Ich bin der Koffer der Koffer der Koffer der Koffer. Und so habe ich Tyler Durden kennengelernt. Wir sollten das irgendwann wiederholen, Tyler. Wir sollten das wiederholen. Wir sollten das auch machen. Wir sollten das wiederholen.